Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zurück auf unserem Kanal MovieStars Time Machine. Ja, heute zeigen wir euch einen alten Klassiker aus den 80er Jahren, beliebt bei Jung und Alt. Die unendliche Geschichte Teil 1 von 1984. Die Besetzung der Schauspieler von damals, 1984 und wie sie sich verändernden zu heute in 2023. Lasst doch gern ein Abo da und unterstützt somit unseren Kanal. Vielen Dank. So, die Nummer 1. Thilo Prückner im Jahr 1984, Alter 43. Thilo Prückner starb am 2. Juli 2020. Die Nummer 2. Deep Roy im Jahr 1984, Alter 26. Deep Roy im Jahr 2023, Alter 65. Die Nummer 3. Sidney Bromley im Jahr 1984, Alter 74. Sidney Bromley starb am 14. August 1987. Die Nummer 4. Patricia Hayes im Jahr 1984, Alter 74. Patricia Hayes starb am 19. September 1998. Die Nummer 5. Moses Gunn im Jahr 1984, Alter 54. Moses Gunn starb am 16. Dezember 1993. Die Nummer 6. Tammy Stronek im Jahr 1984, Alter 11. Timmy Stronek im Jahr 2023, Alter 50. Die Nummer 7. Barrett Oliver im Jahr 1984, Alter 10. Barrett Oliver im Jahr 2023, Alter 49. Die Nummer 8. Thomas Hill im Jahr 1984, Alter 56. Thomas Hill starb am 20. April 2009. Die Nummer 9. Gerald McRaney im Jahr 1984, Alter 36. Gerald McRaney im Jahr 2023, Alter 75. Die Nummer 10. Noah Hathaway im Jahr 1984, Alter 12. Noah Hathaway im Jahr 2023, Alter 51. Die Nummer 10. Die Nummer 11. Drum Garrett im Jahr 1984, Alter 50. Die Nummer 11. Drum Garrett im Jahr 1984, Alter 50. Die Nummer 12. Darryl Cooksey im Jahr 1984, Alter 15. Die Nummer 12. Darryl Cooksey im Jahr 1984, Alter 15. Die Nummer 11. Die Nummer 13. Nicolas Gilbert im Jahr 1984, Alter 13. 19. Leider ohne ein aktuelles Foto ist Nicolas Gilbert heute im Jahr 2023, 52 Jahre alt. 2. Außerdem verliehen folgende Synchronsprecher ihre Stimme an den Glücksfrachten Fuchur, die deutsche Stimme Heinz Reinke. 2. Beim Wehrwolf Gmorg, Osman Racket. 3. Beim Wehrwolf Gmorg, Osman Racket. Beim Felsenbeißer, Holger Hagen. 5. Die Schildkritte Morla, Karin Kernke. 5. Das südliche Orakel sprach Heidi Brühl. Die deutsche Erzählerstimme kam von Klaus Widerstedt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch diesen Kanal, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und teilt das Video überall. Vielen Dank, bis bald zum nächsten Video bei Movistar Style Machine.